Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich habe ein Vorstellungsgespräch mit Frau Müller. Mein Name ist Judy, Judy Forte. Guten Tag, Frau Forte. Ich bin Frau Müller. Angenehm. Angenehm. Wir haben schon einmal telefoniert. Setzen Sie sich bitte. Vielen Dank. Kann ich Ihnen etwas zu trinken, bitte? Ja, gerne. Ein stilles Wasser, bitte. Vielen Dank, Frau Müller. Bitte schön. Sind Sie denn gut zu Bär gekommen? Ja, das war sehr einfach. Ich hatte kein Problem. Sehr schön, Frau Forte. Sie haben sich ja bei uns für die Stelle in Swangsdame beworben. Ja, das ist richtig. Ich habe den Lebenslauf bei mir. Und hier können Sie sich ihn anschauen. Danke. Bitte. Ich habe Tourismus an der Universität von La Laguna. Ich halte das für interessant, weil wir eine Entfangsdame für unser Hotel Abama in Alcala brauchen. Und wir müssen unbedingt den Arbeitsplatz besetzen. Kannst du bisher als Entfangsdame gearbeitet? Ja, natürlich. Sie können in meinem Leben durchaus bearbeiten, dass ich in zwei verschiedenen Hotels gearbeitet habe. Einmal war ich in Bayer del Duque sechs Monate gearbeitet. Und ich habe auch vier Jahre in einem anderen Hotel in Garetsico gearbeitet. Es heißt La Quinta Roja. Ich finde das besonders interessant. Und wie waren Ihre Arbeitsbesiegungen mit Ihrem ehemaligen Kollegen und Chef? Das Arbeitsklima war freundlich. Die Ausgaben waren nicht so gut verteilt. Allerdings hatten wir eine schöne Klimfähigkeit. Insgesamt gefällt mir die Arbeit. Genau, es war für uns wichtig, dass Sie einige Fähigkeiten hätten. Welche sind Ihre Besonderheit? Ich halte mich für eine Person mit Reaktionfähigkeit. Deshalb suche ich immer die Wege, um Probleme schnell zu lösen. Andererseits denke ich, dass ich ziemlich Anpassungfähigkeit habe, weil ich viele Erfahrungen an verschiedenen Arbeiten und Ländern habe. Außerdem habe ich volle Flexibilität. Das freue ich mich sehr. Was würden Sie denn sagen, was Ihnen weniger liebt? Und wo sind Ihre Espechen? Ich halte mich nicht für einen besonders kreativen Menschen. Ich denke aber, dass dies in meinem Beruf ohnehin nicht so wichtig ist. Dafür sind meine organisatorischen Fähigkeiten umso besser. Und andererseits bin ich zu professionistisch, denn ich mache Dinge, die gut machen. Das hört sich sehr gut an, Frau Fuerte. Moment. Kein Problem. Entschuldigung. Gut, jetzt. Wirst du, haben Sie sich für diesen Beruf entscheidet? Ich finde Tourismus interessant und lustig. Ich liebe es, mit Kunden zu kommunizieren. Und ich kann gut mit Menschen umgehen. Ja, das stimmt. Was sprechen Sie? Ich spreche Französisch, Deutsch, Englisch und natürlich Spanisch. Zuerst habe ich in einer Sprachschule in Berlin gelehrt und weiter habe ich in meinem Praktikum in einem Informationsbureau in England gemacht. Das ist fantastisch. Für uns ist er wichtig zu wissen. Wie wichtig ist es Ihnen, Ihre Familie? Ich bin der Meinung, dass die Familie wirklich sehr wichtig ist. Sie sind immer da, wenn ich sie brauche. Haben Sie Kinder? Nein, nein. Ich habe jetzt nicht Kinder haben. Allerdings habe ich viele Tiere bei mir. Ja, zwei Katzen, vier Hunde, drei Pferde, drei Schweine. Unglaublich. Ja, ja. Und zehn Hühner. Sie sind ein Tierfreund. Ich finde es sehr interessant. Ja, das ist mein großes Hobby. In jedem Fall gibt es noch etwas, das Sie von Ihnen wissen möchten. Ja, ja, bitte. Können Sie mir bitte mehr Informationen über die Bedingungen, die Arbeitszeit, das Gehalt? Okay. Wir brauchen eine Person für Vollzeit. Die Arbeit ist von 1 Uhr morgen bis 4 Uhr abends. Sie wurden Ihre Kategorie entsprechend verdienen. Oh, ich finde das sehr gut. Wir haben das Vorteil gesprach. Schon beendet. Wir werden uns gerne noch einmal telefonisch melden. Und Judith, vielen Dank für Ihr Kommen. Ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit und diese angenehmen Gespräche. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen von Forte. Auf Wiedersehen von Müller. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020